Musik Viele haben keine Perspektive, auch in meiner Klasse sind einige, die nicht wissen, was sie noch machen sollen. Also ganz speziell mit diesem sozialen Netz, das hat ja Löcher, das ist so enorm. Und das einfach menschenverachtend ist, diese 360 Euro, damals waren es ja noch weniger. In einem reichen Land wie Baden-Württemberg werden die Reichen immer reicher und die Armen werden immer ärmer und ja, das darf so nicht sein. Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo es mir reicht, wo ich aktiv werden muss. Also ich war schon immer interessiert für die Linke, habe mich schon immer dafür interessiert, mit 13, 12 fing das schon an. Ich bin dann halt einmal auf eine Mitgliederversammlung gegangen und ja, habe mich dann mit den Leuten da so unterhalten. Und irgendwann bin ich dann halt wieder hingegangen und dann bin ich halt eingetreten. Also was ich sehr positiv fand, ist, dass man als Neumitglied sehr, sehr herzlich, warmherzig empfangen wird. Jetzt ist es recht, ich habe lang genug geschlafen, ich habe lang genug Sofa-Anachung gespielt. Ich bin auf Worte, bis noch mal Taten folgen. Ich bin jetzt aktiv rein, um aktiv auch was bewirken zu können. Ja, auch offen zu sagen, ich bin zur Linken gegangen, ich bin der Partei beigetreten. Also es gibt dann halt welche, die dann halt einfach sagen, ja, das hätte ich mir bei dir jetzt gar nicht vorgestellt, dass du, und dann gerade bei der Linken. Also ich bin nicht so einer, der immer gerne andere Leute für sich arbeiten lässt und dann hofft, dass irgendwann mal alles gut geht. Jeder Mensch sollte seinen Beitrag leisten, um die Zukunft besser zu machen, nicht nur für sich selber, sondern für alle Menschen. Das heißt, ich tue etwas für mich, im Gleichen tue ich aber auch etwas für die anderen. Viele Freunde von mir sind Mitglieder im Sportverein und sind nach der Schule, nach der Arbeit, nach Vorlesung auch noch aktiv im Verein tätig. Und ich bin eben in der Partei tätig nach der Arbeit und das finde ich auch gut so. Und es macht mir auch Spaß. Das heißt, ich bin eben in der Partei.